Fünf Euro hat das gekostet und genau und hier laufen wir jetzt rein. Wir fahren jetzt diese Bahn, äh diese Gondol oder wie das heißt, so eine Seilbahn hier rumzufahren ist irgendwie interessant. Wir fahren immer höher und höher auf diesen Berglandschaften auf. Bei mir aus den Nippeln, da können Scheren draus wachsen. Aber ich merke gerade, je höher wir gerade fahren, desto mehr verspüre ich so ein Ohr drücken. Guck mal, hier geht das schön tief runter. Boah, dieser Druck auf den Ohren jetzt. Jetzt wackelt das hier und drückt in den Ohren und so. So, je höher wir fahren sind, desto mehr Schnee kommt. Und ich glaube, hier vorne ist N. Komm, komm, komm. Wir sind angekommen.